Ja, servus Leute. Ich schulde euch ja noch ein Update zu einem Video, was ich zu einer von mir vermuteten Urheberrechtsverletzung durch den hessischen Rundfunk gemacht habe. Konkret hat das Boulevardmagazin Mindtower für einen reiserischen Schmierenbericht, so würde ich es zumindest als Privatmann bezeichnen, Videomaterial von mir verwandt und das gleich in zwei Sendungen. In der ersten Sendung wurde es korrekt mit Quellangabe versehen, in der zweiten Sendung allerdings nicht und ich habe dazu dann entsprechende Anfragen bei Anwälten gestellt, habe jetzt auch eine relativ ausführliche Auskunft von einer Kanzlei bekommen und ich habe auch von einem Zuschauer noch Fotos bekommen, dass auch in der hessenschau entsprechendes Videomaterial verwandt wurde. Der hat also Screenshots davon gemacht und auch dort die Quellangabe fehlte. Und ich zeige euch jetzt erst nochmal konkret, was ich an den Ausstrahlungen von Mindtower und auch von der hessenschau zu bemängeln habe. Kurz nach 21 Uhr gab es ein folgenschweres Aufeinandertreffen zwischen zwei Wildschweinen und einem komplett überzüchteten Elektroauto. Am Steuer des Autos ein YouTuber, der für einen Autotest gedreht hat. Mit knapp 250 Sachen. Der wird seine Käufer finden, der wird die Audi-Anhänger begeistern und ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber bis auf die Farbe kann ich an dem Auto wirklich nichts aussetzen. In dieser ersten Version des in meinen Augen reiserischen Schmierenberichts war die Quellangabe korrekt. Aber das Boulevardmagazin Mindtower hat sich aufgrund der landesweiten Bedeutung eines Wildunfalls dazu entschieden, nochmal einige Tage später den Bericht nochmal zu bringen und den zeige ich euch jetzt. Da gab es vor ein paar Tagen ein, muss man sagen, folgenschweres Aufeinandertreffen zwischen zwei Wildschweinen und einem komplett überzüchteten Elektroauto. Am Steuer ein YouTuber, der für ein Video gedreht hat. Und zwar mit knapp 250 Sachen. Der wird seine Käufer finden, der wird die Audi-Anhänger begeistern und ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber bis auf die Farbe kann ich an dem Auto wirklich nichts aussetzen. Und wie ihr sehen könnt, fehlt hier die Quellangabe. Das heißt also, man hat das aus dem Video rausgeschnitten, entfernt. Warum auch immer. Und auch in der Hessenschau gab es entsprechende Urheberrechtsverletzungen, meiner Meinung nach. Und jetzt blende ich nochmal drei Screenshots ein, die mir der Norman geschickt hat. Vielen Dank dafür. Er hat die nach eigener Auskunft von einer Ausstrahlung der Hessenschau gefertigt. Und da seht ihr, dass ebenfalls die Quellangaben vollkommen fehlen. Und ich bin dann also hergegangen und habe Mails an Anwälte geschrieben mit entsprechenden Links zu den Videos und auch mit den Screenshots. Und habe angefragt, ob man juristisch gegen den HR vorgehen kann, ob das Sinn macht oder ob ich mich da umsonst aufrege oder vielleicht sogar falsch liege in meiner Meinung. Und eine Kanzlei hat mir sehr ausführlich geantwortet. Da auch vielen Dank an dieser Stelle. Und diese Antwort, die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, dann kommen wir jetzt auch zu dem Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei. Und ich hatte den Teil schon mal fertig aufgenommen, dann ist mir aber eingefallen, Moment, auf dem Brief kann ja unter Umständen auch Urheberrecht lasten. Deshalb habe ich das hier jetzt mal in Bullet Points zusammengefasst. Also, die grundsätzlichen Feststellungen laut Anwalt. Grundsätzlich Einwilligung erforderlich. Ja, ist bei mir jetzt nicht der Fall gewesen. Ausnahme kann gelten, wenn durch Zitatrecht gedeckt. Ist in meinem Fall sicherlich gegeben. Also das will ich dem HR gar nicht vorwerfen. Belegfunktion muss vorliegen. Inhaltliche Auseinandersetzung. Und das ist auch Erfolg, denn man hat sich mit dem Videoinhalt tatsächlich beschäftigt. Also sehe ich das auch als unkritisch. Privilegierung von Nachrichtenportalen. Darauf berufe ich mich auch bei meinen Breaking Electro News. Da gibt es also so einen Journalisten- oder einen Medienprivileg, nennt sich das wohl. Und da bekommt man gewisses Sonderrechte gewährt. Dann hat sich die Anwaltskanzlei konkret zu meinem Fall geäußert und festgestellt, dass es eine Belegfunktion gegeben hat. Bei diesen Beiträgen sehe ich auch so. Es hat auch eine inhaltliche Auseinandersetzung stattgefunden. Der Meinung bin ich auch. Umfang des verwendeten Videomaterials wurde von der Kanzlei kritisch gesehen. Denn von rund viereinhalb Minuten Beitrag des HR waren eineinhalb Minuten mein Videomaterial. Und das könnte man schon als zu viel Anteil erachten. Darüber müssten sich dann halt die Juristen streiten. Und vor Gericht und auf hoher See ist man ja an Gottes Hand. Das wäre hier also auch so. Und die Notwendigkeit der Verwendung des Videomaterials an diversen Stellen wäre auch hinterfragenswert. Laut der Anwaltskanzlei. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den ich grundsätzlich kritisiert habe. Nämlich die mangelnde Quellangabe. Sowohl in der hessenschau als auch in der zweiten Version von Maintower. Und dazu äußert sich die Anwaltskanzlei auch. Vorgenannte Abwägungen sind unerheblich. Denn die Quellangabe fehlt am 30. Oktober 2021. Und damit liegt ein Verstoß gegen das Urhebergesetz vor. Zitat aus dem Anschreiben einer Anwaltskanzlei. Wird die Quelle nicht angegeben und keine Einwilligung eingeholt. Liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Das steht also zweifelsfrei fest. Und Erlassungs-, Beseitigungs- sowie Schadenersatzansprüche würden sich daraus ergeben. Und damit ist also meine Meinung zumindest durch die Anwälte, die ich gefragt habe, gedeckt. Die sehen das genauso wie ich. Und ich habe dann im Anschluss nochmal nachgefragt, ob es sich denn dann auch lohnt, gegen den hessischen Rundfunk vorzugehen. Hier seht ihr dann den Auszug meines Schreibens, mit welchem zeitlichen Aufwand ihrerseits muss ich für die Erstellung einer solchen Abmahnung grundsätzlich rechnen. Wenn der finanzielle Aufwand deutlich höher ist als der potenzielle Schadenersatz, würde ich von einer anwaltlich verfassten Abmahnung absehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, Michael Schmidt. Und in der Antwort hat auch eine Anwaltskanzlei sehr ehrlich geantwortet. Nämlich, bei berechtigter Abmahnung müsste der HR die Kosten übernehmen. Erfahrungswert ist aber, dass der HR das einfach nicht macht, also auf die Abmahnung im Regelfall gar nicht reagiert. Und da zitiere ich auch nochmal aus einem Anschreiben. Also allzu viel dürfte wahrscheinlich nicht hängen bleiben, sofern der HR überhaupt zahlungswillig ist. Die Quintessenz, die ich daraus lese, ist, der HR sitzt einfach alles aus, der ignoriert einfach alles. Denn finanzielles Risiko tragen die ja sowieso nur in ganz geringem Maße. Denn wir, die GIZ-Gebührenzahler, wir finanzieren das ganze Jahr. Und was mich ganz besonders ärgert, ist natürlich, dass ich durch meine GIZ-Gebühren diesen Urheberrechtsverstoß bezüglich meines Videomaterials auch noch mitfinanziert habe. Ja, und wie habe ich mich jetzt entschieden? Ich habe mich also entschieden, meine Lebenszeit in diesem Fall nicht zu verschwenden, diese Sache nicht weiter zu verfolgen. Man muss es an der Stelle einfach abhaken. Die Öffentlich-Rechtlichen machen halt, was sie wollen. Die haben unbeschränkte Mittel, die sie von uns Zuschauern praktisch zur Verfügung gestellt bekommen. Ich zahle also durch meine GIZ-Gebühren dann im Zweifel das eigene Gerichtsverfahren gegen mich oder was ich dann gegen den HR führen würde. Und habe überhaupt keine richtige Handhabe gegen den HR. Umgekehrt stehen dem HR natürlich unbeschränkte Mittel zur Verfügung, um einen kleinen YouTuber wie mich in die Pfanne zu hauen, muss man ganz klar sagen. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind auch bekannt dafür, dass sie immer wieder Videos wegstriken. Zu Unrecht, wie ich selbst finde, weil auf YouTube setzen sich viele YouTuber kritisch mit entsprechendem Videomaterial der Öffentlich-Rechtlichen auseinander, weil da ja ganz viel Müll auch verbreitet wird. Muss man einfach offen so sagen. Allein im Thema Elektromobilität, was da an Käse und an Quatsch verbreitet wird, auch vom hessischen Rundfunk. Ja, da schlägt jedem fast den Boden aus. Und wenn sich dann ein YouTuber damit kritisch auseinandersetzt, dann wird man gleich, ja, auf YouTube gestrikt. Ist mir ja selbst auch passiert mit einem Beitrag von Galileo. Da hat mich die Produktionsgesellschaft auch gestrikt. Ich blende hier nochmal den Link ein und auch nochmal, ja, die Thumbnail. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das Video auch nochmal anschauen. Ja, das ist dann also das Video, was ich euch noch schuldig bin. Es ist nichts dabei rausgekommen. Ich werde es nicht weiter verfolgen. Ich werde hier also meine, ja, mein Wohlbefinden über meinen Ärger stellen. Denn es ärgert mich bis heute, dass der HR einen so unsachlichen und tendenziösen Bericht, aus meiner Sicht, ich weiß, manche von euch sehen es anders. Aber ich sehe es so, einen tendenziösen und unseriösen Bericht erstellt hat und dazu mein Videomaterial auch noch urheberrechtsverletzend eingesetzt hat. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Aber ich mache jetzt einen Hagen dran. Werde es nicht weiter verfolgen. Ihr könnt ja nochmal schreiben, was ihr dazu sagt. Findet ihr es cool, dass der HR sich an Urheberrechtsvorschriften nicht hält? Obwohl die ja uneingeschränkte finanzielle Ressourcen haben. Und sie bekommen es trotzdem nur bei der ersten Strahlung hin, mich korrekt zu verlinken als Quelle. Und bei den weiteren Veröffentlichungen fehlt plötzlich dieser Quellverweis. Tja, das ist alles ein bisschen erstaunlich. Aber wie gesagt, ich mache einen Hagen dran, lese aber auch eure Kommentare. Ansonsten soll es das für dieses Pflichtaufklärungsvideo gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer, gehen in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und ein Abo ist ja wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video. Bye! Bis zum nächsten Mal.